Die letzte Phase im Jahr beginnt nach dem Black Friday in Amerika, beginnt ja normalerweise das Weihnachtsgeschäft. Die Menschen sollten wieder zurück sein aus ihren Family Holidays, das heißt wieder normale Marktsituationen und dementsprechend mit Argus Augen beachtet, wie es denn jetzt weitergeht. Tatsächlich Jahresendrallye haben wir ja schon gehabt, eigentlich jetzt mit den anstehenden Adventstagen sozusagen, also die letzte Phase eingeläutet und die Frage ist jetzt, zieht sich das so weiter? Die Frage wird wahrscheinlich erst in vier Wochen beantwortet werden können, ob es Jahresende auf diesen Niveaus oder auf höheren Niveaus tatsächlich endet. Ich würde mich nicht wundern, wenn es nochmal ein bisschen tiefer geht. Ich habe das mehrfach angedeutet. Keine Sorge, das ist kein Killer für den Bullenmarkt. Wir wissen ja, sell in May, das heißt, es darf ja auch im neuen Jahr ein bisschen weiter nach oben gehen, aber es ruft sehr nach diesem Rücksetzer, wo haben wir ihn, nach so einem Rücksetzer irgendwie was in der Art. Ich würde mich nicht wundern und wir haben aktuell Marken, die dafür sprechen. Aber man muss fairerweise sagen, das Einzige, was für diese Idee spricht, ist, dass diese Aufwärtsbewegung beim DAX jetzt hier beispielsweise so ein bisschen den Schwung verloren hat. Liegt aber sicherlich auch ein wenig an den Feiertagen in Amerika, dass man halt gesagt hat, naja gut, wenn die Amerikaner nicht so richtig machen, dann machen wir halt auch erst mal mit halber Kraft. Also das sollte man noch nicht überbewerten. Was ich mir ebenfalls noch vorstellen kann, dass wir nur so eine kleinere Korrektur, irgendwie so was wie dieses hier erst mal bekommen. Also quasi, ich deute das mal beim DAX an, dass wir hier irgendwie hier eine kleine, da nochmal eine kleine, dann nochmal Jahresende weiter nach oben, dann nochmal eine etwas größere. Also irgendwie so was, dass wir so Pendants haben zu dem vorderen kleinen, hintere kleine, vordere etwas größere, hintere etwas größere. Das ist ein sehr typisches Verlaufsmuster. Das muss natürlich nicht immer so sein. Nicht immer ist die Welt mustergültig, aber es wäre klassisch. Und deshalb sollte man das durchaus auf seiner To-Do-Liste oder als mögliche Liste drauflassen, dass das passieren kann. Also nicht Angst haben, nicht erschrecken. Wer jetzt long ist, sollte den Stopp hinterherziehen, zum Beispiel die von mir schon mal genannten, relativ eng im Viertageschart. Da würde ich jetzt im Moment, im Viertageschart, sage ich noch Vierstundenchart, da finde ich im Moment hier den Supertrend ganz gut beim DAX Index jetzt mal gesehen. Schaut euch an, dass es in der jüngeren Vergangenheit oder wie weit der Abstand ist, was ihr haben wollt. Wenn ihr natürlich sagt, nee, ich will das hier auch überleben, solche Rücksetzer oder auch so kleinere Rücksetzer überleben, dann sind die ganz engen Stopp nicht geeignet. Also wenn ihr sagt, da will ich drinbleiben mit der hoffnungsvollen Erwartung, dass es weitergeht. Die Chance ist ja nicht gering, aber rechnet damit, dass früher oder später das passiert. Ich kann euch nicht versprechen, dass es jetzt passiert, aber es wird passieren. Früher oder später definitiv. Und unsere Aufgabe als Händler ist nicht so sehr, die Vorhersage zu machen, wahrlich ich sage euch, das und das wird passieren, sondern die richtige Entscheidung zu treffen bezüglich der eigenen Wünsche oder Ziele. Also entweder ein bisschen mehr Risiko lassen, dafür drinbleiben oder ein bisschen enger Gewinne mitnehmen, gegebenenfalls und notfalls halt nochmal wieder rein müssen, wenn man dann doch zu früh rausgeflogen ist aus der Geschichte. Na gut, also wollen wir mal gucken, was die Amerikaner machen aktuell. Der Dow Jones sieht natürlich ähnlich aus, was so ein bisschen auffällig ist, was mir ein bisschen, naja, Kopf zerbrechen ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben hier eine Pause. Das heißt, so auf einen ganz groben Blick sieht das fast dreiwellig aus. Man könnte, wenn man hier gutwillig ist, eventuell sagen, naja gut, das war jetzt hier sowas und wir sind jetzt hier in der fünften Welle. Das würde dann dafür sprechen, dass wir bald, nicht zwingend sofort, aber bald, jetzt haben wir hier dieses Zwischenhoch nochmal gebrochen, da runter gehen. Ich würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn er sich nochmal dieses Hoch hier bricht und anschließend das Ganze passiert. Das ist genauso möglich. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, ich muss aber genau wissen, was passiert. Ja, das ist richtig. Aber unsere Aufgabe als Händler ist es, nicht die Zukunft vorher zu ahnen oder herauf zu beschwören, ich sage euch, ich weiß, wie es ist, sondern eben, wie die Gestaltung ist. Und da könnt ihr eben gucken, Nachziehstopp. Ich finde den hier auf Tagesbasis ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt. Das kann sein, dass es die bessere Variante ist. Aber das Problem ist, der ist so ein bisschen zwischendrin. Machen wir nochmal ganz kurz. Ich mache es mal in groß. Dann könnt ihr sehen, wenn ihr dann messt, tiefster Punkt, höchster Punkt. Ihr müsst ja immer damit rechnen, dass der hier da reinfällt. Das ist so der Klassiker. Und wenn ihr dann hier jetzt ausgestoppt werdet, ist es so mittendrin. Es ist zu weit weg, um wirklich lohnenswert, weil ihr müsst ja damit rechnen. Der macht am Ende nur das. Dann hätten wir hier ja sowieso nochmal so eine Unterstützung. Da hätten wir eine gute Chance für wieder nach oben Dreh. Und wenn man dann auf mittlerer Strecke raus ist, ist immer so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so befriedigend. Deshalb, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die Variante nicht bevorzugen. Wir sind tendenziell immer mit den, naja, es kommt darauf an, also bei den Aktien haben wir sowohl die engere Variante. Manch einer erinnert sich bei unserer Apple-Idee. Da sind wir, haben wir einen relativ engen Stopp für Variante 1 und wir haben einen relativ weiten Stopp für Variante 2 und können dann eben sagen, okay, eine von den Varianten wird die bessere sein. Welche, das werden wir dann nachher wissen. Aber beide sind grundsätzlich in Ordnung. Sprich, wenn dann dieser Rücksetzer erfolgt, also das ist jetzt hier Dow Jones, wenn der Rücksetzer erfolgt. Aber es gibt viele, die jetzt sehr ähnlich aussehen. Apple ist ja nur einer, guckt euch Amazon, guckt euch, ach, was erzähle ich euch, Alphabet und Co. alle an. Wenn dann hier mal so ein Rücksetzer kommt, dann ist dann die weite Stopp-Variante, dann hat man die Chance eben nicht nochmal neu rein zu müssen, sondern man ist ja dann schon drin entsprechend. Also überlegt euch, was da für euch sinnvoller ist. So, die Idee ist vielleicht so im 4-Stunden-Charge, finde ich, in Parabolik fast zu eng. Ist okay, wenn ich jetzt also wirklich sage, komm, alles mitnehmen, was noch geht und raus, raus, raus. Wenn ich in Parabolik in 4 Stunden vielleicht eine Option an sich ist, der aber ganz schön eng, da würde ich wahrscheinlich im Moment den Supertrend 4 Stunden bevorzugen, ehrlich gesagt. Aber das ist ein bisschen auch Geschmackssache, wie eng ihr da absichern wollt, das hängt davon ab, was eure Idee ist. Da sind wir beim wichtigen Punkt, das werden wir in diesem Index-Update am Nachmittag natürlich nicht klären. Viele fragen immer, wo gehört denn der Stopp hin? Ganz einfach gesagt, dort, wo eure Idee nicht mehr gilt. Und da ich jetzt nicht im Einzelnen eure Idee weiß, muss ich euch mehrere Ideen von uns vorstellen und dann könnt ihr vielleicht erahnen, wie man seinen Stopp legt. Viele sagen ja, nee, nee, meine Idee, mir ist es ja egal, wie meine Idee ist, ich will ja nur Gewinne machen. Aber so funktioniert das eben an der Börse leider nicht. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Lektionen, die man als neuer Händler erstmal lernen muss, dass man nicht optimal unterwegs ist an der Börse, weil man ja eben nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und auch die Chart-Technik ja nicht jetzt ein Garant ist, jetzt passiert als nächstes das und als übernächstes passiert das. Das ist ein Missverständnis, was leider immer wieder viele haben und sagen, wieso? Man kann doch in den Charts dann sehen, was er in der Zukunft macht. Nicht wirklich, man kann eher sehen, dass auch hier die Marktteilnehmer nicht mehr den vollen Bock haben. Die Leistung hat nachgelassen nach oben. Das ist kein Drama, wenn das Ganze an einem Widerstand ist. Diesen Zwischenhoch, was wir hier im Sommer, nee, im Herbst hatten, im September, sorry, hatten, ist die Chance für den Dreh halt ein bisschen größer. Insbesondere, wenn er dann in die Ermüdung kommt. Aber auch hier, wie gesagt, das war feiertagsbedingt natürlich klar, dass die Marktteilnehmer da jetzt nicht den gleichen Pusher mehr bringen, wenn sie erstens nicht da sind und zweitens sich vielleicht vor den Tagen nicht nochmal, also es gab nur einen Feiertag, aber Brückentag dann dazu, dann noch Wochenende. Also vor dieser Pause, dass sich keiner mehr so richtig committen wollte auf der Long-Seite. Auch hier gilt nach wie vor die Short-Seite. Ich sehe es noch nicht, dass hier Druck ist auf der Short-Seite. Überhaupt nicht, aber die Chance ist größer denn seit langem, dass der Markt hier in den Dreh reinkommt. Achtet also drauf. Auch hier aus meiner Sicht der Tipp. Zieht einen Stopp hinterher und sagt, na gut, solange es läuft, freue ich mich. Und wenn er dann dreht, meine Güte nehme ich mit, was ich hier bis dahin verdient habe. Das scheint mir am cleversten. Was machen eigentlich diejenigen, die jetzt noch nicht positioniert sind und sagen, ja, ich habe jetzt noch Geld in der Hand, was mache ich denn mit dem? Eis kaufen ist bei dem Wetter vielleicht ja auch nicht optimal, also müssen wir uns was überlegen. Aber da jetzt noch long zu gehen, schaut euch das mal hier an im 4-Stunden-Chart. Guckt euch das mal im 5-Minuten-Chart an. Also höchstens mal ganz kurz, wenn ihr hier irgendwie was seht, was fünffällig nach oben ist, also wo man den Eindruck hat, da war eine Pause, da war hier eine Pause, irgendwie sowas. Dann hat man ja den Eindruck, das könnte doch ein 5-Wäller sein, wenn man dann jetzt noch hinguckt genau und sagt, Mensch, ist das nicht hier ein 3-Wäller runter? Okay, wenn das ein 3-Wäller ist, das da vorne ein 5-Wäller war, dann haben wir ja gehört, dass das da hinten gerne nochmal die gleiche Strecke nochmal nach oben geht. Ja, kann man machen, wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine Wahl gewesen, also haben wir ja nicht umgesetzt hier im 5-Minuten-Chart, aber weil der Einstieg und das Chance-Risiko-Verhältnis nicht so doll sind. Aber wenn ihr sowas im Kleinen seht und ihr Lust auf kurzfristige Trades habt, das geht natürlich trotzdem. Also das kann man natürlich auch im 5-Minuten-Chart in beide Richtungen, hoch oder runter, je nachdem, was er da gerade bietet, machen. Aber hier so ein bisschen in der größeren Richtung, dreht er jetzt oder nicht? Also ich vermag es nicht zu erkennen. Ich sehe aber immerhin, dass die Aufwärtsrichtung, die wir hier haben, und das ist eine Aufwärtsrichtung, nicht von guter Stimmung, sondern von Wackelei begleitet ist. Das heißt Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Also ich bin latent eher auf der Short-Seite. Wenn man mich jetzt zwingen würde, was machst du? Aber Gott sei Dank zwingt mich ja keiner. Deshalb solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch selber wirklich zwingen wollt, hier eine Position einzugehen. Ich finde es im Moment mäßig produktiv, in diesem Zeitpunkt jetzt eine Position da einzugehen. Nasdaq sieht natürlich nahezu identisch aus. Wir haben vor dem Wochenende ganz kurz über die Nasdaq-Situation des Pseudo-Hammers. Das ist kein echter, Entschuldigung, Shootingstar-Hammer wäre, wenn das Ganze auf der Unterseite ist. Shootingstar ist es, wenn es oben ist. Also wenn das hier ein echter Shootingstar wäre, fände ich hier die Short-Seite wirklich gut. Aber mit diesem Pseudo, das haben wir letzten Freitag schon besprochen, deshalb messen wir es jetzt nicht nochmal. Ihr erinnert euch, vielleicht ist mir das nicht geheuer. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, da zu sagen, macht ihr anderen erst mal, also nicht ihr jetzt. Ihr sollt ja auch nicht ins Risiko gehen an der Stelle, wo es doof wäre. Aber ihr anderen da draußen, macht ihr erst mal, zeigt mal, was ihr wirklich wollt und könnt. Und dann spiele ich gerne mit, denn eins darf man nicht vergessen. Börse ist ein Mitmachspiel und nicht unbedingt eins. Ey Leute, ich weiß jetzt, was geht. Lauft mir alle hinterher. Am Ende hören die euch nicht und wissen nicht, in welche Richtung ihr lauft. Dann ist es dann auch doof. Ich gucke mir immer an, was die anderen machen und sage, darf ich noch mitmachen? Hier, ich mache auch noch. Und im Moment ist es nicht entschieden. Und so lange finde ich es ganz gut, eben da die Bälle flach zu halten im buchstäblichen Sinne. Also nicht reinzugehen, aktuelle Markt. Drin bleiben, gerne. Auch hier gilt natürlich die Stopp-Überlegung. Tagesebene ist arg weit weg. Außer im Parabolik. Ich sehe hier, super Trend, ist mir zu weit weg. Ihr seht, da ist der nicht Fisch, nicht Fleisch. Ist nicht richtig dicht dran. Ich kann das nicht überleben, wenn er da hinkommt. Also den finde ich nicht attraktiv. Aber auf Tagesebene hier zum Beispiel, da ist der einigermaßen eng. Das heißt, wenn der jetzt doch den Rappel kriegt und nach oben durchstartet, passiert gar nichts. Stopp wäre dann jetzt hier beim Future, das sage 100 Future, 15.917. Also da hätten wir dann einen relativ engen Stopp. Und ihr seht, naja, in so Trendphasen, das ist keine Katastrophe. Ja gut, am Ende verliert er ein bisschen. Wobei im Moment kann man ihm nicht vorwerfen, dass er weit weg ist. Aber ihr seht, in so Trendphasen ist das nicht so schlecht. Und vergesst bitte nicht, es geht nicht darum, ja wie wäre es dann optimal. So funktioniert Börse nicht. Sondern ihr müsst gucken, wie wäre es so, dass es durchschnittlich vorteilhaft ist. So funktioniert das Spiel an der Börse. Na gut, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen eine Idee. Vielleicht jetzt die Bälle erst ein bisschen flach halten. Warten, bis die anderen sich entschieden haben, ob sie das eine oder andere machen. Dann die weite Stopp-Variante, das wäre also dann deutlich unter dieser Zone. Für die wirklich langfristigen, die jetzt sagen, ich habe mal zufällig hier auf das Video geguckt. Ich mache das einmal im Monat, gucke ich da drauf. Dann müsste das wohl überleben, wenn er hier korrektiv runter geht. Für die etwas Aktiveren finde ich das hier zum Beispiel eine ganz gute Idee, da ranzuziehen. Da seht ihr hier, das ist schon zu eng. Da seht ihr, da fliegt ihr hier dauernd raus, auch bei diesen kleinen Rücksetzern. Das fände ich jetzt nicht attraktiv. Das heißt, ihr könnt auch im Nachhinein gucken, wenn ihr jetzt sagt, ja welchen soll ich nehmen? Ja guckt doch mal, findet ihr den gut? Oder findet ihr den besser? Also so könnt ihr so ein bisschen abschätzen, ja welchen soll man denn jetzt in der Situation nehmen? Das ist nicht bei allen Märkten gleich, also nicht sagen immer der. Es kann zum Beispiel sein, dass beim S&P, ist nicht schlecht. Der ist sehr eng hier im 4-Stunden-Chart. Super Trend wäre hier jetzt eher meine Wahl. Aber ich würde wahrscheinlich auch hier bei dem sagen, das ist die bessere Variante. Ja, es kommt wie gesagt ein bisschen darauf an, wer natürlich hier oben eingestiegen ist, aus welchen Gründen auch immer. Der muss nicht im Tageschart seine Stops unbedingt suchen. Der sollte dann natürlich gucken, aufgrund seiner Idee, also vielleicht im Intraday-Chart, wie er da den Stopp setzt. Die Logik bleibt die gleiche, allerdings der Zeitrahmen eben ein anderer. In diesem Sinne, euch einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin ist es vielleicht schon das erste oder andere Votum der Marktteilnehmer. Und dann gibt es mehr. Ciao, ciao.